Willkommen wieder Zukunft in Konka bei der vierten Mission inzwischen, die da heißt Probefahrt. In der Sowjetkampagne, die dauert auch nicht mehr lange und dann sind wir durch. Natürlich auf schwer. Stalin hat ein neues Kampffahrzeug und wünscht einen Testlauf unter realistischen Gefechtsbedingungen. War das nicht das Fahrzeug, das wir in der letzten Mission an uns genommen haben? Könnte sein. Das war jetzt nicht so dolle. Sein sogenannter Tarntransporter bewegt sich an der optischen Brechungsgrenze und wird dadurch de facto unsichtbar. Okay, das war kein Tarntransporter in der letzten Mission. Machen Sie mit diesem Fahrzeug doch eine gemütliche Probefahrt, sagen wir mal in die gegnerische Basis. Zerstören Sie nur zu Testzwecken, Radarstation und Testzentrum, um die Kommunikation lahmzulegen. Dann schicken wir Ihnen Verstärkung zum Aufwischen der Reste. Ach! Übrigens, wenn Sie nicht mit dem intakten Tarnfahrzeug zurückkehren können, kommen Sie besser überhaupt nicht zurück. Ja toll, ich dachte, das wäre irgendwie mit Nuklearsprengkopfen bestückt mal wieder und das würde die ganze Sache vereinfachen. Von wegen. Was wird das denn? Gut, ich glaube, das ist dann die vierte genau. Und die anderen Stände hier behalte ich zur temporären Sicherung. Und dann gehen wir mal auf dieses Lied. Übrigens, Big Food, die Musik, die finde ich voll cool, wenn ich die über Kopfhörer höre, kam letztens zufällig. Was ist das denn für einer? Modell? Wieso Modell? Ist das irgendwie ein Klon von Volkov? Ich glaube, ich habe noch die Spielsteuerung ein bisschen zu schnell, oder? Sieht aber richtig aus eigentlich. Mal gucken, ob das so passt. Und was hast du so drauf? Ist doch eigentlich nur ein Tesla-Panzer, aber mit Raketen statt mit Hilfe. Gut, ich glaube, das muss ich kombinieren. Er hat hier keinen Hund. Warum auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das eine schwere Mission wird. Das ist zu schnell, das ist wirklich zu schnell. Eins runter. In der letzten Mission kam ich damit noch ganz gut klar, mit der Schnelligkeit. Aber normalerweise brauchst du auch ein bisschen gemütlicher. Das ist ja die normale Geschwindigkeit, würde ich sagen. Wo müssen wir hin? Wo sind wir überhaupt? Wir sind irgendwo Mitte links. Ja, vielleicht weiter unten links. Wir gucken also erstmal nach rechts. Der Tarn kann ja da nicht rein, sogar Tatsache. Das erleichtert die Sache doch deutlich. Müssen wir nicht dauernd hinterherlaufen. Aber er kann von innen wahrscheinlich nicht schießen. Ich glaube, das ging erst den Generäle. Oder Generals. Ich sage meistens Generals, dabei spiele ich es selber eigentlich. Und er hat früher hauptsächlich die deutsche Version gespielt. Mich stört diese Zensur halt wenig. Hör, wieso sieht er... Oh, gut. Mach dich unsichtbar. Mann. Er ist ja schlimm als ein U-Boot. Gut, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen und... Zur Not fangen wir einfach neu an. Da kommen sie mir hinterher. Gut, gegen die Panzer hätte Volkov eh keine Chance, glaube ich. Ist auch so ein Wort Chance. 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 Es gibt viele Möglichkeiten, es auszusprechen. Und immer wieder alliierte Kommunikation überbrechen, ja. Und immer wieder frage ich mich, welche Variante wähle ich jetzt? Was wäre heute angebracht? Chance. Chance. Ich glaube, ich sage meistens Chance. So wie ein Schoß, nur Chance. Ähm... Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Gut, äh... Hier unten ist wahrscheinlich nichts, aber das wollen wir doch mal nachprüfen. Die Panzer bewachen doch bestimmt hier irgendetwas. Aha. Kann ich da jetzt einfach reinfahren? Kein Hund hier, der mich sieht. Sehr schön. Stimmt, da ist die... Wieso sieht der mich denn? Warum wird der manchmal unsichtbar? Kann ich die nicht einfach überfahren? Ja, kann ich, aber dann werde ich sichtbar. Toll. Komm mal raus da. Schön, dass er auch von selbst schießt. Hoffentlich werden da keine nachgebaut. Schnell hier rein. War sogar ein Missionsziel. Zum Glück... ...hab ich da nachgeguckt. Den Rest lassen wir stehen, der ist ja nicht von Bedeutung. Wobei, die Kaserne würde ich schon gerne... Die Kaserne soll auch weg. Die könnte mich sonst richtig nerven noch. Ich bekomme mir später eh... Oh oh. Der sieht den noch eh nicht, also. Bekomme doch später eh... ...Verstärkung. Ähm... Tschüss. Ihr seht mich nicht. Hihi. Wehe, ihr seht mich plötzlich. Naja, wenn ich an denen nah vorbeifahre... ...hab ich offenbar keine Chance unsichtbar zu bleiben, sage ich doch. Egal, wir fahren einfach weiter. Der eine ist gestorben, ich weiß nicht genau warum. Ja, er soll überstehen. Wahrscheinlich nur, bis der Bauhof da ist. Und dann ist der sowieso nicht mehr von Bedeutung. Er darf nur nicht sterben. Oh oh, Vorsicht. Uh, knapp daran vorbei. Bis hierhin in Ordnung. Sehen wir weiter. Ähm... Oh, die Karte ist noch ein bisschen nach oben. Hoffen. Dann bleiben wir auf der Seite nicht, denn da geht's gar nicht weiter. Ähm... Ja, und wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Die sehen mich doch garantiert. Ich riskiere es mal. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar. Ich müsste mal wieder Squabs gucken. Da kommt das nämlich her. Aber... Irgendwann. Okay, hier ist eine Waffenfabrik. Mir fehlt eine Rad... Oh, sollte ich das nicht auch mal killen? Ich könnte es mir nämlich ziemlich einfach machen. Indem ich den Kram schon kaputt mache. Dann habe ich später kaum noch was zu tun, habe ich das Gefühl. Weg damit. Weg damit. Schnell rennen. Und die Kaserne muss natürlich auch weg. Hätte ich vielleicht als erstes kaputt machen sollen. Hätte ich mal dran denken sollen. Wo ist mein... Oh, der ist so unsichtbar. Ich hätte ihn beinahe selber nicht gesehen. So, weg damit. Rein da! Du bist doch so doof. Kann er nur von hinten rein? Was für ein Drecksack. Perversing. Perversling. So. Wir wollen weiter. Ja, wenn das alles ist, was die an Basis haben. Da, nicht schießen. Da ist ein... Boah. Okay. Warum sollte ich den stehen lassen? Warum sollte ich? Ich glaube, das wird ziemlich einfach, die Mission, wenn ich jetzt gleich einen Bauhof bekomme. Wenn das der einzige Bauhof war. Irgendwo wird noch die Radarzentrale sein. Und bestimmt nicht alleine rumstehen. Eine riesengroße Basis, die sie hier haben. Über die ganze Karte verteilt. Schwer zu kontrollieren. Und sehr groß am Strom fressen. Raffinerien können sie meinetwegen behalten. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ja, warum schießt der denn? So ein Idiot. Moment. Ist es hier unten vielleicht? Wieso sehen die mich denn jetzt? Wieso sehen die mich? Ich bin unsichtbar. Mich gibt es gar nicht. Da ist nicht mal was. Jetzt wird... Ich glaube, der ist einfach zu beschädigt. Da kann er nicht mehr ganz unsichtbar sein. Komm mal raus da. So, ob das jetzt noch was wird, das werden wir ja gleich sehen. Wenn das Explosionslicht angeht. Gucken wir mal, ob wir da einfach jetzt durchfahren. Jetzt bleibt er gerade mal unsichtbar. Schön. Haben die hier vielleicht irgendeine Sensoreinheit? Oder das Problem war wohl, dass er auf den Sammler geschossen hat, glaube ich. Die sind ja... Die sehen immer rot, wenn sie feindliche Sammler sehen. Da müssen sie draufschießen. Prinzipiell alle Einheiten. Blutrünstige Monster. Hier weiter nach unten? Oder geht es da nach links? Wir nehmen den Weg, den der Sammler nicht genommen hat. Irgendwo muss noch ein Radar-Ding sein. Ich habe immer noch keine Verstärkung oder so, oder? Wollte ich nur mal nachgucken. Gut, hier geht es gar nicht weiter. Da müssen wir doch den Sammlern folgen. Ihnen Donkey Kong den Bananen folgen. Hier halt den Tiberium, dem Gelben. Äh, dem Erz. Ja, dem Erz. Dem Erz. Dem Gold. Ah, da... Ah, okay. Ach, das Testzentrum, nicht Radarzentrale, oder was? Ha? Genauso. Na. Ach, der heilt sich sogar von selbst. Ja, wo willst du denn hin? Was hat der denn vor? Schön, dass er sich heilt. Wahrscheinlich nur bis zur Hälfte. Aber es könnte ausreichen. Hier komme ich nicht durch. Ah, deswegen wollte er andersrum. Sollte zu schaffen sein, die paar Typen hier. Keine Panzer. Warum schießt der denn schon wieder an? Ja, fahr da hoch. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Wo müssen wir denn da lang? Okay, ganz außenrum. Schön. Schöner Müll. Habe ich sie hier hingelockt? Das war ein Ablenkungsmanöver. Oder kann er jetzt doch hier unten lang fahren? Woher wisst ihr, wo ich bin? Das ergibt doch keinen Sinn. Na, wer fährt so nah dran? Das ist das Problem. Du bist ein Idiot. Heil dich mal. Bis zum grünen Punkt. Heilung. Hallo. Heil dich. Heil dich. Na gut. Wir schweichern trotzdem. Auf fünf. Denn ich glaube, viel besser kriege ich das sowieso nicht hin. Oh, oh. Wer kommt denn da mir entgegen? Bin gar nicht da. Er könnte sich echt mal in den grünen Bereich schreien. Oder muss er dadurch das Erz fahren? Nein, muss er. Oh, wieso sehen die? Oh, ich war doch gar nicht so nah. Das sieht jetzt. Was? Ich hab. Moment, die probieren es noch. Ja, soviel dazu. Aber ich wollte wieder nicht schladen. Das war schon. Das war schon ziemlich fuhrsteinflößend, als die meine U-Boote zerstört haben. Erinnert ihr euch noch? In der Mission gerade. Das war, ja. Ja. Ja.